Lialurlöle, zurück zu Skyrim. Weiter geht's. Ich habe gesagt, ich habe etwas vergessen in der Stadt, was ich machen wollte. Machen wir jetzt erstmal den Weg. Ja, ja. Sehr gut. Weil woanders. So, und zwar... Wenn man krank ist, also Krankheiten hat, irgendwas... ...soll ich, glaube ich, hier auch gehen. Ich schrei von Thalos. Aber ich gehe eigentlich immer... ...hier hin, zum Tempel. Von Kyran jetzt. Wenn man krank ist, kann man nämlich einfach hier benutzen, dann aktivieren, dann ist man wieder... ...vollständig geheilt. So, ich wollte... ...die habt ihr genau. Und zwar, ähm... ...Zutaten. Unbekannt, also welche Effekte die haben, unbekannt, deswegen einmal fressen. Alles einmal fressen. So, jetzt haben wir eigentlich doch... ...wann kann man jetzt mal sehen. Äh, was ist hier? Buh! Ey, alles gut. Äh... ...dass ich dir diese Schmerzen nicht auf. Die Stikne. Sternfib. Ist auch alles neu, aber auch freundlich. Und detailliert. Kann man nochmal... Aktien. Aktive Effekte, genau. So, ich habe Einfälligkeit für Feuer, Einfälligkeit für Magie. Das alles habe ich im Moment. Also nicht von lauer, die meiste Sachen. So, einmal hier. Alle Krankheiten gerollt, alle liegen entfernt. Das war's. Und ich eigentlich mal gucken, ob ich nicht mehr Heiltränke herstellen kann. Haben die sowas auch? Ja, dann geh zum Schrein. Dann bist du geheilt. Ich bin so krank. Ich bin so krank. Ja. Herstellung 20. Ich komme auf Haus. Drei Stufe. Mal alle wie Chalet. Über eh so auch. Nie verkehrt. Nicht mal kann man das Neues lernen. Oder halt ne... Neue Quiz. Ich bekomme. Das sind auch noch ein paar Bücher. Ach, hier ist mir spannend. Ich weiß aber Gott dazu. Komm nicht drum rum. Oh, Steele. Ich bin so krank. Ich möchte euch segnen. Steckt's. Zack. Keiner gesehen. Keiner hier. Was ist damit? Wundertrunk der Gesundheit. Das ist ja schönes drin. keine was von mitteln mitbekommen bevor es ein schrein oma da kann sich heilen schon die erfolgreich die ersten sachen spielen ja ich möchte zu oft ach so zu gucken wegen ja mach mal ich ein paar trinke herstellen wenn ich schon mal hier bin gold 8000 gold noch ein bisschen mehr die wachina kurz rein als schmied da bist du hier taten ausdauer sehen können Was ist das denn da? Was ist denn da? Kann ich ja viel Zeit nicht ob... ich würde auch verstärken ins weiter verstärken auch nicht schlicht ich möchte stärken ausdrücken entdeckte effekte Ja, jo, zwei Sachen. Drei Sachen. So, ich lass mir ein paar Sachen mehr sammeln, aber Rucksack gefällt mir irgendwie, passt irgendwie gar nicht, ey. Sieht nicht schlecht aus, ja, aber zu Skyrim, ich weiß nicht. Dann wegmache. Gehen wir mal weiter. So, was bestimmt ist im Sinn, wenn ich keinen gehen möchte? Was ist das? Aber das ist Stück für Stück wie irgendwo. Dann mal doch erstmal hier bei Weißlauf in der Nähe. Wenn man krank ist, dann sagt meinst du auch schon, irgendeine NPC sagt dann ja, ihr seht nicht gut aus, ihr seht krank aus. Fühlt ihr euch gut? Nee, sowas. Dann kann man von ausgehen, man hat irgendeine Krankheit wieder drauf. Können auch von den Wölfen kommen, die hier schon gekämpft haben, oder von Skiba, können auch einen, äh, Krankheit, da, beziehen. Und sie will Corona machen. Ich hoffe, sie soll so im Schreinen gehen. Alles geilt. Ob das mit, äh, Vampir und Werwolf geht, weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Also die ganzen anderen normalen Effekte gehen dann alle weg, dann. Da weg. Also, äh, man hat, unter anderem hat man dann zum Beispiel weniger Gesundheit, oder weniger Ausdauer. Wenn man so, äh, infiziert ist. Deswegen, heilen. Äh, Osten, Osten, ja, Osten. Ja, ich bin da bei der Störung von Jesu. Manchmal noch neu überlegen, äh, was jetzt wo genau ist. Nochmal weiter. Ich werde wohl nichts schaffen, alle Fertigkeiten auf 100 zu. Das werde ich wohl nichts machen, nicht schaffen. Das dauert zu lange. Bist du da, äh, drei, vierhundert Stunden dran. Aber ich vielleicht, äh, später mal, so ein, äh, Offscreen nebenbei ein bisschen. Mal gucken, beide nicht. Das kann vielleicht schon eher passieren. Aber nicht, nicht alles im Let's Play zeigen. Ist da vier Stunden lang, äh, weil ich ja auf so einem, äh, Menschen da irgendeine Veränderung mache. Oder, äh, äh, deutsch bestrüere. Äh, lieber ist das... Äh, bin ich hin. Ah, ja. Äh, ach ja, gerade aus, weiter mal. So. Geh mal schier lang, mein. Ja, aber, äh, das mache ich, wenn dann auch, Och, Offscreen halt, wie es das spiel, Deutsch beschwören. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ist hier gerade spannend, ne? Ne, ne, eine halbe Stunde lang, und ich bin Deutsch beschwört. Boah, was ist denn für ein Scheiß? Ja, wenn dann, äh, wenn dann mache ich sowas in Offscreen. Natürlich vorher zeigen, klar, was ich gemacht habe, dann, ne? Ach, hier draußen. Ich behob achte und schreibe über die epische Schlacht um Himmelsrand. Wenn Brüder einander mit bitteren Klingen bekriegen, gibt das doch gewiss Stoff für ein Lied her. Wiederkunst brauchen wir nicht, äh, bisschen. Ja. Ja. Ach, sich so was zu verkaufen. Ha, ha, ha. Stahlkriegsaktie. Isrich Gold. Hab ich jetzt verpasst, egal. Ging erst mal noch ein bisschen auf Tour. Ist dann ja Offscreen verkaufen. Einmal Händler. In der Stadt, weiß es auch wieder. Die Goldkämme überhaupt. Jetzt hat ich mal 79. Ja, geht das schon. Einfach gar nicht mal so unten. Kann man da nochmal oben rauf? Weiß ich gar nicht. Okay. Was ist ihr denn? Ey, Kollege, hier bin ich. Ein Satz. Wenn ich euch erwische, seid ihr tot. Da ist er auf, Bolt. Keine Spur seid ihr. Hier bin ich. Genau, das Rennen. Leben kommt ihr hier nicht raus. Der Bänder zereilen muss. Doch nicht überladen, oder? Steiner. Mein Gott. Was soll denn der Scheiß jetzt? Mein Gott. Damit ich nicht erst Zwischengespräch hatte. Keiner mal rufen. Geh noch verkaufen. Ich will wieder warten. Nachts. Was gibt's denn? Ah, viel. Äh. 11 Uhr. 12 Uhr. Machen wir mal 10 Stunden. Kommt. Kommt. Wie, haben die noch zu? Ah. Ist die Frau. Willkommen in der Kriegsjogel. Willst du verkaufen? Oder Schaden austeilen. Alles. Äh, wapf. Eindolch. Acht Stück. Acht. Lange und Spexackel. Lassen wir ja. Verdassungsbekleidung. Schlagenhut. Redekunst. Auch wichtig. Äh. Äh. Nö, noch was ich lassieren. Mal schon 4946. Es ist schön mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mit ihr auch. Muss aber speichern. Ah, ich bin wieder vergessen zu zwischenspeichern. Ja. Ja, man muss hier sehr auf zwischenspeichern. Sehr, sehr. Wir sind hier um euch eine Lektion zu erteilen. Mein Gott. Hey, ich habe noch so viel HP gehabt. Für die Hälfte. Ich habe sie gespeichert. Ich habe die Hälfte gehabt. Ist wieder viel Mist. Aber auch noch eine bessere Waffe. Wie hat er die Drei? Stehen sie doch. Was soll das? Was soll das? Da muss ich vorbeilaufen. Jetzt nicht. Kann ich nicht. Ja. Die Zeit. Aber was vorhin. Einhang. Schaden mache. Dann machen wir das. Schaden. Schön vorbeilaufen. Der Anfang ist natürlich immer ein bisschen schwer. Weil Gotti Dicke hat zum Beispiel auch gewesen. Der Anfang ist schon ein bisschen schwer gewesen. Ich muss hier ausweichen. Dann später. Und jetzt. Zack, 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 zack. Da fährt. Ganz ruhig. Was ist das denn? Ich kann mich nicht mehr helfen. Aber ich kann übrigens auch hier in Skybarm, äh, advised über dichten. Aber nur kann man, äh, angeln. Dass man Spaß daran hat, ich nicht. Ja, ist doch gut. Da packe ich weg. So. Frieden, der Herr. Ach. Die Banditen haben wir schon platt gemacht, ne? Die zwei Totenbeschwörer. Da sind die fünf, sechs Banditen da bei der Brücke. Ja, sehr einfach. Na? Kommt die noch mal ziehen? Ach, er hier wieder. Hallo, werter Ratsch. Natürlich, um vor dem gewöhnlichen Volk aufzutreten. Wieso sollte die Gabe der Musik den Höfen und Tavernen reicher Städte vorbehalten bleiben? Das wäre besser, wer. Ja, genau, da oben. Dann lassen wir erstmal da oben sein, im Mundestein. Meine beiden raufbeute. Seiner hat uns auch platt gemacht. Lassen wir erstmal noch. Können auch da versuchen. Was da so anliegt. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen mehr Gewicht. Auch dann geht es um den Rucksack, aber auch weil ich hier alles verkauft habe. Äh. Äh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo. Wahrscheinlich unten. Ich weiß nicht, ob ich hier alles verkauft habe, weil wir noch viel zu schwach sind. Keine gute Ausrüstung. Ich bin nicht mehr Punkte bezahlt, die Talente. Ja. Falls nicht vermieter, war. Ja. 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 Ja, wo war's nächstes, was wir angehen, äh, weiß ich mal gar nicht so genau, was wir machen wollten. Äh, Hauptstory, ja, könnte man machen, das ist eine Sache aber, muss ich wohl vorbeilaufen. Ich angehne das jetzt ein bisschen, sehr stark, damals schon. Ah, die könnte man ja flusen, eigentlich, ja, oder haben wir die, äh, alle alle, die achtetikten. Ja, können wir schon mal den, äh, Teilchen anschließen, könnte ich auch schonmal machen, aber, äh, Das mache ich mal später ein bisschen. Ja noch, zack. So noch, zack. So noch, zack. Auch noch. Alles im Laufe. Ups. Wo ist sie ganz gestiegen? Gibt sie? Ich will mal da mal gucken. Weichern. Wir müssen Action haben hier. Ich will schatten. Äh, was ist hier? Ah, der ist nicht einer. Ein Nord. Guck mal rein. Ein Dunkelschatten. Keine Ahnung, was da drin ist. Hallo oder was? Oh ja, komm her. Oh ja. Oh ja. Ja komme her. Ja komme her! hat er sich nicht wieder geheilt mein gott aber sowieso zu stark habe ich mir auch schon gedacht auch da müssen wir später rein kaltes klares was ihr seht wir haben noch zu schlechte ausrüst auch langsam auf dem weg nach rüfte sind auch noch einige quests erledigen können ich lasse bluten sprechen wachen also weshalb seid ihr den sturm enthalten beigetreten eines nachts ist mein cousin verschwunden manche sagen die talmoor hätten sich gemeldet es hat nicht lange gedauert bis ich unter Ulfritz Pfanne marschierte wir kriegen bestimmt weder hasenfleisch ich kann's schon nicht melden so schlimm kann es nicht sein wenn die Zeit hä? wo ist es? war gerade noch in Griechener hm ich will mich auch platt machen deswegen weiterlaufen ein rauschender Bach äh hier rechts ne? ja weg bin ich sehr oft aber müssen noch ein paar Gegner kommen wären oder so nicht so die wache 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 da ich denke ich hab's ja proben wir natürlich mit, dann können wir ihn wieder gut verkaufen ist er da oben oder was? komm runter drauf greif doch an erst mal macht er gar nichts, ich greif an, aber der macht gar nichts manchmal ein bisschen komisch waren ja nicht alle, oder? ich will mehr mehr wir mal rein meistens auch immer ein banditen ein führer dabei was schon wieder hat mir nichts gemacht das haben sie nicht gut gemacht das ist nicht nicht wegen der ausdauer das bringt ja nix ne, mach mal später mach sie stark wir kommen nach der Zeit sowieso wieder wenn wir nach der bestimmten Spielzeit waren wir sind nie wieder da ja da ist es kein Thema falsch gelaufen war auch noch kein guter Schutz gegen Magie hier wenn wir mal wieder so versuchen so ein paar gegner platz zu machen erfahrungspunkte und doch holz und so was ausrüsten automatisch nach und nach bisschen stärker die sonst mal nicht erst nicht giftig die auch englisch bekannt so ist hier wirklich stimmen was das da gibt es verloren messers da gibt es mal rein gucken was da noch so wird aber das ist erst in der nächsten folge von skyrim dahin schön mittel